Willkommen zu einem neuen Rezept. Ich habe all meine Zutaten schon hier parat gestellt, werde sie euch natürlich auch gleich zeigen. Es sind nicht viele, es ist lecker, es geht schnell, es ist gesund, es ist vegan und damit ihr mir ganz schnell Rückmeldung geben könnt, ob es euch denn auch genauso schmeckt wie mir, würde ich sagen, legen wir doch sofort los. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018